Lust auf eine berufliche Veränderung? Wenn es auch eine Verbesserung sein darf, erfahren Sie in meinem halbstündigen Video die Top 10 Erfolgsfaktoren, die heute mehr denn je für Ihre Karriere in der Immobilienvermittlung sprechen. Die Perspektiven und Potenziale werden Sie begeistern. Brancheninsider und Quereinsteiger werden gleichermaßen fündig. Schauen Sie sich, das an.